Morgenmuff oder Frühjahr auf der Steher? Morgenmuff. England oder Schweiz? Scheiße. Die Schweiz. Weil ich hier aufgewachsen bin und ich bin Schweizerin. Reutung oder Ausinnung? Ausinnung. Brusthaar ja oder nein? Nein. Wurstbrettbauch oder Wohlstandsbücher? Brustbrettbauch. Mann mit schönen Muskeln. Genial. Karriere oder Familie? Familie. Sommer oder Winter? Sommer, weil es schön warm ist. Tunschuhe oder Hacken? Hacken. Curry oder Rösti? Rösti. Da kann man gerne so richtig Schweizer Rösti. Bier oder Wein? Wein. Övo oder Chauffeur? Chauffeur. Ich muss rumfahren. Ja, es ist doch gemütlich, wenn du hinten sitzen kannst und dann fertig kommen. French Maniküre oder Pur? Pur. Es ist einfach natürlich. Es ist besser, als wenn du French Maniküre aufgesetzt hast. Schocke oder Chips? Schocke. Ich habe gerne Schocke. Ein bisschen Süchte. Sofa oder Joggen? Joggen. Sport ist wichtig. Vor- oder Nachspiel? Vorspielen. Jan Bülmann oder Javier Bardem? Jan Bülmann. Silvan oder Diego? Diego. Ja. Ja. Als wenn du nicht hier bist. Wenn du nicht hier bist. Ich weil du nicht hier bist. Ja.